Guten Abend hier im Kino des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt. Mein Name ist Christian Petzold. Ich durfte zehn Filme auswählen für eine Carte Blanche, was mir große Freude gemacht hat. Ich sitze hier leider in meinem Arbeitszimmer. Das sieht so ein bisschen angeberisch aus, nach Kulturjournal oder so. Aber das ist, hier habe ich 25 Jahre lang gesessen. Man sieht ja die Hälfte davon. Die andere Hälfte sind auch noch Bücher. Ich bin also ein bisschen ein Bücherwurm. Und es gibt Freunde von mir, die teilen Filmemacher und Filmemacherinnen nach der Kategorie ein Musiker, Maler oder Literaten. Ich gehöre leider zu den Literaten, sagen sie, ich wäre lieber Musiker, aber das hat nicht geklappt. Den Film, den ich ausgewählt habe, der jetzt gleich laufen wird, ist Burning von Li Chang Dong. Das ist ein Film, den ich vor drei oder vier Jahren im Kino gesehen habe und der mich beschäftigt hat. Ich bin gleich darauf nochmal hineingegangen in den Film. Weil das ein Film ist, der ist, es gibt so Filme, wo man nachher sich fragt, ist das, was wir hier sehen, nicht die Imagination eines Mannes, aus der wir vertraut haben, der wir geglaubt haben, ist der ganze Film nicht ein Traum oder nur eine Vorstellung. Aber gleichzeitig ist der Film gefilmt wie, ja, mit Handkamera und fängt an, ein Mann liefert Dinge aus, trifft eine junge Frau, die er aus der Schulzeit kennt, die da irgendwie Werbung machen muss, so eine Art Tombola oder sowas für die Passanten in einer Fußgängerzone. Und das ist alles so alltäglich und gar nicht schön und trotzdem ist es, weil es wie ein Traum ist, verzaubert. Das ist auch eine harte und brutale Geschichte, aber sie hat etwas Albtraumhaftes. Ich würde den jetzt auch wieder mal sehr, sehr gerne in Frankfurt sehen. Ich weiß nicht, in welcher Kopie der da ist, aber der Film ist sogar im Stream fantastisch gewesen. Es gibt einen Tanz dort, der jungen Frau, in die sich unser Protagonist verliebt hat und auf deren Katze aufpassen muss und auf deren Wohnung aufpassen muss. Einen Tanz von ihr im Abendlicht, in der untergehenden Sonne, an der Grenze zur Nordkorea. Das ist eine der schönsten Tanz- und Filmszenen der letzten Jahre. Viel, viel Spaß mit dieser Szene, aber auch viel Vergnügen mit diesem wunderbaren Film. Bis dann. Vielen Dank.